Geh in dein Zimmer, bring dich um. Nein Spaß. Doch mach's wirklich. Nee, wir machen keinen Spaß ey, geh in dein Zimmer. Komm. Und denk darüber nach, was du getan hast. Wir machen jetzt wirklich keinen Spaß, also ich würd's lieber ernsthaft machen. Geh in dein Zimmer. Wir müssen noch Slinn suchen. Wen? Ich mach jetzt offiziell Donnerbändiger. Wenn jemand was dagegen hat... Was heißt Nils rückwärts? Lin. Achso. Lin. Ein Kumpel von mir heißt einfach Nils und der wird einfach mit I-E geschrieben, deswegen nenn ich ihn mal Sly. Du bist behindert. Nils. Nils mit I-E. Hört sich nur rückwärts geil an. Ja, irgendwie schon, ne? Und Nils mit ein I hört sich rückwärts scheiße an. Ja. Nils hört sich scheiße an. Hab ich grad gehört. Nils. Du hast überhaupt kein Eisenmäher. Wo ist mein Feuerzeug hin? Ich hatte mein Feuerzeug. Warte, da hinten bist du gar nicht. Wer wollte mich gerade noch mal töten? Wir. Wer ist du? Ich bin so fame, Alter. Ich öffne meine Boygroup demnächst. John und Kalle. Okay. Warte, wieso will ich eine Boygroup eröffnen? John und Kalle, die Megaboygroup. Scheiße. Alter. Kalle, bist du noch bei mir? Nein. Wir sind schon. Alter. Alter. Äh, Alex, willst du ein paar Monster sehen? Was ist denn? Wieso? Weil der Spawner schon voll ist. Loll. Krank. Oh man, ich komm kurz. Alter. Aber erst zünde ich den Galgen von Nils an. Bin ich für Anarchie. Du musst doch noch den Gang nach unten machen und so. Nein. Oh, ich bin so behindert, Alter. Ist so. Das wussten wir vorher aber auch schon. Das ist kein Rätsel. Äh, Nico mach noch nix da unten und lass einfach die Monster da. Das ist kein Rätsel vor allen Dingen. Okay. Ich komm gleich runter. Das ist kein Rätsel für uns. Okay. Ich zünde noch kurz den Galgen an, weil ich bin... Lass den Galgen. Oh, du willst ein Scheißpferd. Fick dich einfach. Obwohl doch. Du bist reingeschmackt. Der Galgen hat es nicht verdient zu leben. Wenn du so blöd bist. Entschuldige bitte, wir haben 50 Dias. Der könnte einfach nur verbrannt. Oh, boah. Also bitte komm her. Du musst jetzt verbrannt werden im Galgen. Willst du mich verarschen? Ja. Ja. Du Scheißpferd. Du bist echt so behindert, Alter. Was hab ich gemacht? Oh. Wie kann man so dumm sein? Fick dich einfach. Soll ich dir die Antwort geben? KI heißt das. Brenngalgen. Die Antwort ist einfach KI. Wie kann man so behindert sein? Wie kann man so behindert sein? Um was zu machen? Frag Can, sein Pferd läuft grad amok. Mein Pferd ist einfach nur behindert. Ähm. Na schade, Mobbriefing ist ja aus. Was? Oh, ich hab's nicht gesehen. KI. Was nochmal? Ich hab's nicht gesehen. Kalle. Hm? Das war jetzt überflüssig. Oh. Oh, da haben wir das Wort wieder. Überflüssig. Was war das Zitat? Ähm. Hab ich nicht aufgeschrieben, ne? Ne, da hatten wir noch keine Zitate. Scheiße. T-Titanic war ziemlich geil. T-Titanic war echt geil. Und dann Nils daraufhin T steht für Titi, T steht für Anik. T steht für Titi, T steht für Anik. T steht für Titi, T steht für Anik. Ja, verdient. So Niko, ich komm zu dir. Okay. Okay. Okay, sehr gut, danke. Hast du deinen Japan-Feldzug schon fertig gemacht? Na ja, mein Japan-Feldzug kommt noch. Nordkorea-Feldzug kommt noch. Nils-Feldzug. Ey, wisst ihr, was lustig ist? Wisst ihr, was lustig ist? Ähm, Nordkorea hat ganz viele gute Filme gedreht, ne? Ja, alle gegen Nils-Feldzug, da kommt noch. Leute? Ja, ich hörte zu Niko. In Nordkorea wurden ganz viele gute Filme gedreht. Wisst ihr wie? Die haben die Regisseure gekidnappt und die dann gezwungen Filme zu machen. Geil. Das hab ich. Hi, wo muss ich rein? Oh, ähm. Shit, dann hab ich den... Oh ne, ich hab den ganz knapp verfehlt. Ähm, siehst du meinen Namen nicht? Alter. Wo sind die viele Monsters? Alex, dreh dich noch mal um. Hallo. Das ist gar an mir vorbeigelaufen. Ah, ich muss das hier nochmal... Oh, da ist Eisen. Hab ich Eisen nicht genommen? Titanic. Can, du hast jetzt noch eine Woche Ferien, ne? Ja. Monko. Also, wo sind jetzt hier viele Monsters? Ich sehe gar keine. Äh, zwei Sekunden. Ich zeig's dir sofort. Zeig's dir? Ich gib's dir, Alter. Ah, komm mal mit. Hier rüber. So, lass mal jetzt die Arussi machen, oder? Und hier rüber. Nee. Okay. Lass mal sparen, bis wir so drei, sechs Dias haben. Guck mal, sorgfältig hier runter. Was macht ihr zu scheiß Skelett hier drin? Skeletten. Was? Ich weiß es nicht. Das Skelett, das Skelettet. Okay, das sind viele. Hab ich zu viel verla... Hab ich zu viel ge... Äh... Nein, hast du nicht. Zu wenig versprochen. Äh... Ne, nur ich nehm's das Eisen mit, das hier unten noch ist. Hab ich zu viel ge... Du kannst alles aus der Kiste mitnehmen, was du tragen kannst. Ich muss das noch weg, äh... Wegverfrachten. Wir machen uns beide mit dir. Prost, okay. Gut dann, wenn es so ist, wenn du es so meinst, dann nimm ich mit so'n Stein mit. Der Rest bringt eigentlich nichts. Oh Mann, ich wollte auch gerade die Hälfte, ich wollte gerade die Hälfte nehmen. Machst du uns einen? Wo seid ihr alle? Ich baue für uns. Okay. Ich baue für uns. Lass mal... Hat jemand schon einen vollen Enchanter? Also... Wollte mich immer noch töten? Wollte mich immer noch töten? Wollte mich immer noch töten? Ja. Ja. Java will mich offiziell verarschen. Ja. Mhm. Der war's jetzt nicht so, Niko. Niko, das war gar nix. Ich wollte zwanghaft ein Zitat reißen. Entschuldigung. Niko, das Nilspferd. Hä? Niko, du Niger, der war nicht gut. Das Nilspferd. Okay, das war zwar nicht. Das Nilspferd, genau. Den fand ich jetzt schon besser. Den fand ich jetzt schon besser. Der war zwar ein wenig offensichtlich. Besser auf jeden Fall als Nils höchstselbst. Halt einfach die Fresse. Also, ich sag's nochmal. Nils ist offiziell vogelfrei. Er hat's verdient. Wenn du so blöd bist, ist das nicht... Ich sag's nochmal. Ich war drauf. Ich sag's nochmal. Du standest daneben. Ich hab eine Aufnahme. Wer hat den besseren Videobeweis? Ich sag's nochmal. Nilspferd. Nein, wird immer noch nicht besser, dass du öfters sagst. Ich fand das Nilspferd eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Kann man gut reiten. Hm? Genauso wie Nils. Fährt. Also, ich bin wieder oben. Genauso wie Nils. Fährt. Du kennst dich ja mit Reiten aus, ne? Ich bin dafür, dass wir jetzt Nils töten. Ja. Ich kommt mal. Wartet auf mich. Ich muss dem scheiß Wasserfall hochschwimmen. Ne, ne. Wir warten uns nicht auf mich. Nach der Woche. Weil sie alle kleine Pussys sind, keine Eier haben und keinen Spaß verstehen. Ja. Weil wir alle Alex lieben. Boah, ist das schnett von euch. Ich glaube schon, dass wir Spaß verstehen. Aber das hab ich gar nicht verdient. Also Nils, ich glaub wir stehen mehr Spaß ein. Nein, anscheinend ja nicht. Äh, doch. Nein. Beef, 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 Pflanze. Wo ist denn, wo ist denn jetzt eigentlich? Niko. Wenn du noch ein Wort von Beef sprichst, hol ich mir gleich Beef hoch. Ich hab Hunger. Bist du schon los mit dem Pferd? Naja. Okay. Willst du deine Mutter wieder in Scheiben schneiden? Dumm. Nils, mach nur einen Witz über meine Mutter und ich komm zu dir. Ja, wie schon die anderen. Deine Mutter ist schwarz und fährt den Truck beim A-Team. Der hat gezogen. Der hat gezogen. Kommst. Hey, du hast von Mr. T beleidigt. Echt mal. Ist mir scheißegal. Der heißt doch nicht Mr. T. Doch, der heißt er. Der heißt Mr. T. Heißt der nicht T-Bone? Nein, wie hieß der? T-Bone, what the fuck. Nein, T-Bone ist ein anderer vom A-Team, du Spacken. Nein, T-Bone, T-Bone ist der Typ aus A-Carly, der die Smoothies macht. Oh Junge. Dafür, dafür tötet ich dich jetzt. Ja. Können wir jetzt bitte den Rest durch töten? Dafür, dass du A-Carly guckst. Echt mal. Dafür, dass du A-Carly beleidigt hast, töt ich dich jetzt, Alter. Ich sag's mal so, A-Carly kann man nur zu einem Grund gucken und das ist, wenn man die Nacktfotos von Sam sieht. Ja, aber wirklich. Ja. Was für Dinger. Die Nacktfotos von Sam. Boah, hör doch mal zu, Junge. Hast du noch nicht gehört? Was gibt's? Ja, sowas gibt's. Er hat, Sam, keine Nacktfotos. Lass dich ruhig von einem Skelett töten. Oh Mann, oh. Sondern nur Unterwäschefotos, weil sie hat ihrem Freund Fotos geschickt. Bist du sicher, dass du das tun willst? Und Internet hat das gesehen. Bist du sicher, dass du das tun willst? Denke schon, ja. Ego, ich glaub wir wollen mehr als du. Schick mal einen Link. Annias. Ich hab schon wieder verkackt. Jemand, der grad Zeit hat, mal bitte einen Link schicken. Oh Mann, du hast ja nur einen Schleimschleim. Ja, Facebook geht auf die Seite von der Trulla und da ist das Bild drauf. Ehe nicht. Ich weiß nur nicht, wie die heißt. Ich nenne sie Trulla. Ich weiß nur, wie die Carly heißt. Wie denn? Äh, Jennifer McCurdy. Nein. Wie du einfach alles weißt. Heißt hier nicht Miranda irgendwas? Nee, Miranda Cosgrove ist, äh, ne andere. Ach, das ist ne andere, okay. Dann hab ich keine Ahnung. Eine andere schon, oder? Ich wär eigentlich auch nicht stolz drauf, wenn ich's wüsste. Ja. Wo bist du eigentlich gespawnt, Nils? Nette Bude habt ihr, muss ich schon sagen. Ach, dein Ernst. Eh nicht. John, eh nicht. Hihihi. Soll ich zu euch kommen und euch helfen? Ich komm jetzt gleich zu euch und helf euch. John, eh nicht. Bleib hier. Ich komm auch gleich. Na geh du, geh du zurück und ich bleib hier. Darf ich auch gleich kommen? Also Alex seh ich. Du darfst gleich in mein Gesicht kommen. Ja. Auch leicht pervers. Nein. Das sollte zum Glück auch nicht so klingen, oder? Nee. Gut. Weißt du, der, der, der Kalli, der, der schnucklige, ich hier verstehe nicht. So, ich komm jetzt und werd euch schön helfen. Reitet ihr mit euren Pferden durch meine Wohnung? Ja. Krass. 139. Aua. Boah. Ich hab einfach grad viel, viel Fallschaden geschluckt. Und Wichser. Ja, kenn ich. Also das mit der Wichser nicht aber. Also wo ist Nils? Mein Dierschwert wartet auf dich. Also das war jetzt grad mein Dierschwert ableck. Der ist ernsthaft bei uns in der Bude. Ernsthaft. Gut, dann komm ich zu euch. 139,50. Du bist deine kleine Hure, weißt du das? Ja. Hure. Nils sag, wo du respawn bist. Beleidigt ey. Er ist respawned. Schon längst. Also respawn bei euch. Also respawn dabei euch. Äh, respawn dabei euch. Dann komm ich zu euch. Also nicht echt. Nicht das Beta-Bound. Jan, nicht das Beta-Bound. Nein, hab ich nicht. Jan. Ich frag mich nicht, wann die immer zwei sattelige Pferde machen. Jan. Nicht das Beta-Bound. Kann die schön bei Kalle einfach aufsteigen und... Jan. Nicht das Beta-Bound. Jan. Hat die Fresse. Jan. 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 Bauen wir bitte nicht das Beta-Bound. Jan, denk dran, bau nicht das Beta-Bound. Jan. Jan. Was denn? Hi. Das ist Olaf. Ich find's ja gut, dass du... Und das ist Olaf. Und das ist... Olaf. Ich bin zu schlau dafür. Du bist ne geile Fette. Und das ist Olaf. Ja, richtig. Günther. Das ist Olaf. Das ist Olaf. Und das ist Günther. Oder war's mehr Olaf? Ich bin dafür, dass wir jetzt ne Energiews machen. Mein grün-grau-gestreifter Pullover. So Penis dran. Und so Schaman. Warum Spawn... Warum bist du eigentlich kurze Zeit immer ganz kurz bei mir? Danach nicht mehr. Gerade eben kurz bei mir... äh... Bei mir erschienen. Du warst kurz bei ihm. Das war ja voll schön. Oh Nico. Doch er wollte dich so schnell wiedersehen. Lass mal kurz alle pennen gehen. Der kleine Kahn. Ich wörb nichts. Warum? Weil da auch noch andere sind wie Blacky. Oh, stimmt. Horst. Ich penne einfach schnell bei euch, wenn sich nichts ausmacht. Aua. Hast du die Fischer schon gecallt? Wow! Monster! Alter! Can! Muss schon sagen. Eure Brücke sieht echt geil aus. Okay. Hat Kubi gebaut. Ja. Na dann ist es schlecht. Unsere komplette Insel sieht geil aus. Also wo es nie ist. Wo Spawned immer. Ich hab ihn vorhin getötet. Der Spawned auch unter uns, oder? Der Spawned auch unter uns, oder? Das Haus sieht alles geil aus. Ja. Das haben wir doch schon letztes Mal festgestellt. Also wo Spawned ist immer. Ich hab mega Angst gehabt. Keine Ahnung. Wir haben jetzt drei Leute hier. Wir können alle Betten überwachen. Stimmt. Wo war noch was? Äh. Äh. Alex. Ich mach die 35 Level einfach schnell. Okay? Ich bin nämlich Level 32 schon. Aha mach das. Und mein Spawner ist schon irgendwie fast perfekt. Habt ihr das sogar noch hoch gemacht, oder ist das normal so? Äh. Hast du den jetzt schon fertig gemacht, oder was? Naja. Aber ich möchte die Monster töten, die da drin stehen. Jungs, Alter. Was hast du besagt, Alex? Ihr seid einfach nur behindert. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Das liegt hier bestimmt irgendwo. Ha! Da bist du ja endlich, Alex. Ich... Seit 10 Minuten oder so chill ich hier im Whirlpool. Und keiner checkt's. Haha. Ah! Der Spawned bei Kubi. Der eine hat sogar... Der eine hat sogar aus dem Fenster geschaut und hat mich nicht gesehen. Er spawned bei Kubi. Kommt einfach her. Ja, ja. Nie kommt... Er ließ den Dauerschleifen killen. Daaaaaaaa. Er vorbeige Pillen der nicht geschlagen wurde er hat er wollte mich nicht verteidigen ausgültig ich höre ich habe ich habe einfach hier nach oben sind die ganze Zeit ändert Prozent Menschen das ist andere Prozent hey Junge ist das stürzt hier nichts er hat gegrieved hat er gegrieft okay er kann der ich überführen dass sie mal Teebeuteln Teebagin alter Junge hör mal auf mit dem Scheiß grieven Alter jetzt muss ich dahin rennen und das so eine Scheiß Pflanze holen ja mach das wenn ihr mich die ganze Zeit prügelt da musst du trotzdem nicht grieven von jemandem der nicht da ist Kubi ist ja nicht mal da und du ziehst aus dein Haus was ist das Kubis Haus? ja das ist Kubis Haus Geilster Satz ever! Warte ich geh an ein anderes Haus rein mach mal kurz hey Jamil wer ist wenn wir uns abwechseln und töten Premium erst du dann ich dann du dann ich bei Kubi ist im Gegensatz cool zu euch Nils das war wunderschön gerade Ersatz den feier ich ähm Kubi ist im Gegensatz zu euch cool hat er hier das kaputt gemacht äh war das schon hier? naja das war schon okay ist er jetzt eigentlich wieder gestorben oder wurde er wieder gekillt? er ist wieder gekillt er ist also wieder im spawn ach Mädel